Oh, wer hat den größten, wer hat den größten, wer hat den größten Mineral? Wir haben einen großen Mineral. Ähm, wir hätten vielleicht die, die ablegen müssen, die Mineralien. Warum haben wir doch? Runter. Die haben doch gesagt, es wird zurückgesetzt. Ah, okay. Geh weg. BAM! Ich darfst du mal. Ist das eigentlich hier Deko, oder ist das auch was? Was? Das hier. Das ist auch was. Ich glaube, den blauen Sitz nicht nimmt, sondern den großen Grün. Ah. Okay, wie kann ich den jetzt abdecken? Ah, ich verstehe. Das ist das so ein primitivisches Spiel. Oh mein Gott, sie verbinden sich. Was? Wollen wir mal ganz zu einem ganz großen machen? Warte, 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 warte. Komm, verbindet euch. Baau, baau, baau. Baau, baau, baau. Baau, baau. Oh mein Gott. Baau. Hey, die halten sich nicht so aus. Was denn davor sollten wir jetzt Angst haben? Ja. Okay. Du weißt nicht, was sie noch können. Sie können sich teilen. So, ich mach das jetzt mal kaputt. Geht denn das? Nein. Oh. Hast du irgendwas gemacht? Ja. Ich bin durch den Donenbusch durchgegangen. Ich glaube, ich soll mein Tag rankommen. Ach so. Was ist das? Das hat uns jetzt nichts gebracht. Nein, ich weiß. Also wenn du was größeres findest, dann nimm das mit, ne? Nein, der ist kleiner. Jo, hab ich auch schon gesehen. Können wir mal alle verbinden lassen? Ach komm. Ach komm, das ist voll witzig. Dann lenkt die mal von mir ab, bitte hier. Nein. Aber lass auf keinen Fall zu, dass sie sich verbinden. Nein. Das kommt gut, kommt, kommt. Verbindet euch. Verbindet euch. Macht lieber. Boah. Wir haben ein Monster geschafft. Ich glaube, das bringt das Witz um. Wenn die noch stärker werden, ja. Wenn die dadurch noch stärker werden, dann haben wir wirklich ein Problem, so. Ja, 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 ja. Geh weg. Ich glaube, das kommt mit so einer unglaublichen Geschwindigkeit auf dich zu. Oh, wow. Alles zu hacken. Ja. Gebrauchen das Geld. Ja, ich hab dich schon 300. Ich hab schon 700. Alter. Warte, was anderes hier. Gut, dass man sich so schnell sein Geld verdienen kann. Muss ich ja schon mal sagen. Na, das wäre nicht viel. Ja, ich sag, am Anfang haben wir wirklich gedacht. Hat Klaus gedacht. Das ist ja... Boah, 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 boah. Oh mein Gott. Super, Seiya, Jaden. Warte mal, ich kill mal die Außenstehenden hier. Ja. Ich mach das Große. Dankeschön, dass du das wirklich zur Seite gehauen hast. Jump, jump, jump. Super, Seiya. Mann. Das war so einfach. Das war dein Boss. Das ist super. Nee, nicht ganz. Oh, die sehen anders aus. Super, Seiya-Chen. Stufe minus drei. Was macht eigentlich der dran? Ah, vergiften. Okay. Also die grünen Tränke tun vergiften. Oh, was passiert, wenn man hier alle aktiviert? Sollten wir erst später machen. Was? Oh. Guck mal, ich hab sie rausgelassen. Ich glaube, daran könnten wir jetzt sterben. Ach, Quatsch, nie. Verdammt. Ach, die Scheißviele, das regt mich auch hier. Ach, komm schon. Feen, sterbt alle. Ja, scheiß, Drecks. Scheiß. Jetzt sollten wir uns mal an die Großen wagen, hä? Ach, du Scheiße. Ach, sie sind doch ganz einfach. Ach, die werden noch größer. Ach, du Scheiße, die haben sich jetzt... Ich wollte schon sagen, die haben sich jetzt verbunden. Oh, oh. Ich meine, die können sich verbinden. Ich wollte verarschen. Der eine ist... Was ist verarschen? Ich wollte verarschen. Die hat gehört, die Musik von Mario wieder. Ich hör keine Musik von Mario. Aber ihr habt es gerade gehört, ihr habt gerade zuschaut. Kannst du dir die Folge angucken, da wirst du die Musik von Mario hören. Ich guck mir auch immer eigentlich bei uns eigenen Folgen ganz umso grob. Oh ja. Lass mich. Ne, warte mal, welcher von uns ist denn größer? Dazu? Ne, ich glaube, deiner. Warte, ich kann mich da jetzt mal nebeneinander. Ich bin eigentlich gleich groß. Soll ich mal nehm? Ja. Schwerbefucktea. What the fuck? Totschießen. Achso, das ist das Forschungsteam. Alles klar. Drückeangriff, um ein Gespräch zu beginnen. Wir sitzen in der Falle, bitte helfen. Oh man. Wir sitzen in der Falle, ja. Einfach mal. Durch. Und zittert der eine so. Oh mein Gott. Schön, dass du die mal so raus tust, das mein. Ja, finde ich auch sehr gut. Ach, das war. Hat das jetzt vereist? Ja. Dass sie nicht verbinden, sie könnten so groß werden. Wo steht denn das? Wo hast du das jetzt? Der hat stand doch vor uns dort. Was ich vorgelegt habe. So flüsternd. Achso. Also für uns ist es ja kein Problem. Nee, das ist ja echt schwuchtlich. Hau zuerst auf die Fähne. Die sind voll schwul. Oh, die machen Feuer. Nee. Nee, das war ich gerade. Habe ich gerade meine Flasche gebrochen. Achso. Halt, er schafft schon 600 Crowns. Ach du Scheiße. Halt, er schafft schon. Ups. Pisse dich. Bitch. Gift. Super Saiyan Jin-Modus an. Oh Mann. Beth Stevens. Hm. Da 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 da. Okay. Ich glaube wir sind hier voll die Retter. Aber es müssen doch irgendwie im Boss kommen. Komm, das ist ein Dungeon ohnehin im Boss. Ich dachte, das war der gerade. Ach, komm schon. Und was kriege ich? Was kriege ich? Was kriege ich? Zehn Crowns. Ich auch. Meine Fresse. Fuck amazing, klar. Gleich viel zu mehr Crowns bekommen. Und wir haben... Also die Crowns, die ich kriege, kriegst du auch. Ja, ist klar. Das ist gut. Das würdest du eh alles kriegen, weil du ja so ein Lacker bist. Bisschen. Bisschen. Ich hab da kein Bock, ey, so früh aufstehen. Knappe. Musst du doch gar nicht. Endbreaker Helm Rezept. Endbreaker Armor Rezept. Annehmen. Endbreaker Armor Rezept. So, mal erlernen. Prestig. Was erlernen. Die Rezepte. Das sind Rezept. Lernen. Und lernen. Können wir davon jetzt irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Einen Helm können wir doch können wir machen. Ich könnte... Ah, die Rüstung könnte ich... Einen Helm könnte ich auch machen. Und die Rüstung auch. Ich bräuchte noch ein Red Shard. Ich könnte gar nichts davon machen. Ich könnte nichts machen. Nein, ich könnte nichts machen. Wie sieht denn der Helm aus? Kann man das gar nicht in den Voranschauern? Na gut. Ne, ich mach halt so nix. So, wo sind wir hier? Hier, da kann man das abgeben. Die Kristalle. Da geben wir die Kristalle ab. Komm, wir geben mal die Kristalle ab. Wo rennst du hin? Ach, du hast die Kristalle abgeben. Ich hab ja so viel bei den Kunden, der die Kristalle hat. So, ich gebe mal Dark Matter ab. Sieben Stück. Was können wir jetzt machen? Ach, wir kriegen dafür nur... Oh, ist ja schwul, ey. 42 Crowns. Ne, mach ich nicht. Und was können wir damit machen? Können wir noch was anderes damit machen? Na, nur herstellen Rezepte. Ich geh mal wieder auf den Stabplatz. Na gut, dann behalte ich mich ja erstmal. Wo geht's denn hier überhaupt raus? Ganz einfach erst klicken und laufen. Dann siehst du's. Neue Freunde gewinnen. Um einen Freund zu deiner Freundin zu finden, klick auf diesen Freund und wähle als Freundin zu finden. Klick auf Soziales und die Liste seiner Freunde und irgendwas wie Farben da anzusehen. So, ich bestehe auf den Stadtplatz. Ich kann wieder aufgehen. Ja, warte, ich will auch erstmal bis auf den Stadtplatz. Warte, Klaus, bis du auf dem Stadtplatz bist. Bist du schon wieder da? Ja, ich bin auf dem Stadtplatz. Wo ist Klaus, wo ist Klaus, da ist Klaus. Und wir haben uns außen verändert. Warte mal, haben wir überhaupt noch was. Geil nichts gekriegt. An Ausrüstung. Bombe. Spirit Knight Helm. Genau mit dem schönen Spruch von Silberwulfien gehen geschlafen. Welchen Spruch? Ich denke, wir schlafen. Kamu sagt, Magma Meier kann doch nicht einfach zulassen. Machst du das mit Augen raus? Was ist denn alles ein Depri in dem Spiel? Mensch du. Gehen wir schlafen. Gehen wir schlafen. Nun denn. Werden wir uns ausloggen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Spirit Knights. Und wir sagen Wiederschauen und Eingauern. Euer Team von Eure Jungs von Like a Pixel. Ciao. Ciao.